Dragon's Dogma 2 ist endlich draußen. Passend dazu habe ich für euch 10 nützliche Tipps für den perfekten Start. Dadurch kommt ihr besser ins Spiel rein und verpasst nichts. Dranbleiben lohnt sich. Servus Erweckte! Endlich können wir alle zusammen in Dragon's Dogma 2 loslegen. Ich wünsche jedem einzelnen von euch richtig viel Spaß. Dank Capcom konnte ich schon früher ins Spiel reinschauen. Hab für euch 10 super nützliche, aber auch wichtige Tipps, die euch am Anfang den Einstieg erleichtern. Ihr habt mehr Spielspaß und keine Frustrationsmomente. Gleich dazu mehr. Außerdem werden natürlich in den nächsten Tagen weitere Videos rauskommen zu den besten Waffen, zu den besten Rüstungen, aber zum Beispiel auch Skills, die sich lohnen zu spielen und andere Sachen. Wer das nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Wird mit Sicherheit noch eine richtig geile Zeit werden. An der Stelle habe ich für euch auch so noch eine wichtige Info. Ich habe ja vorab gesagt, ich würde ein Review-Video rausbringen. Leider habe ich den Key erst sehr kurz vor Release bekommen und ich habe nicht geschafft, das Spiel durchzuspielen, sondern nur anzuzocken. Ich werde das Review-Video eventuell nachliefern. So ein Fazit-Video, wenn ich dann einmal komplett durch bin. Außerdem gibt es heute noch ein spezielles Unboxing, denn ich habe von Capcom eine Überraschungsbox zugesendet bekommen und die schauen wir uns natürlich auch am Ende des Videos zusammen an. Bin echt gespannt, was drin ist. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Wir machen das Ganze zusammen. Kommen wir nun zum ersten Tipp und zwar, wo findet ihr euren Vorbestellerbonus und sonstige Inhalte? Das werden sich mit Sicherheit einige am Anfang fragen, denn sie sind nicht direkt im Inventar, sondern woanders zu finden. Dafür müsst ihr in eine Gaststätte. Seht ihr, wie das Schild oben hier rechts in der Ecke aussieht mit dem Feuer. Auf der Minimap sind die Gaststätten immer mit einem Bett markiert. Kommt man auch sehr früh in der Story vorbei, ich glaube bei der zweiten Mission und dort könnt ihr dann eben mit dem Gastwirt reden und auf euer Lager zugreifen, Lager verwalten und auf die Entnahme klicken. Und dann solltet ihr hier normalerweise euren ganzen Vorbestellerbonus, die verschiedenen Waffen finden, könnt sie rausnehmen und natürlich euch oder eurem Hauptvassal geben. Tipp Nummer 2 bringt euch einen massiven Vorteil in den Kämpfen, denn in Dragon's Dogma 2 gibt es leider keine unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade. Jeder spielt auf dem gleichen und gerade größere Gegner sind auf jeden Fall etwas knackiger, teilen guten Schaden aus und hier lohnt es sich wirklich von Beginn auf eine gute, abgestimmte Vasallengruppe zu setzen. Das schafft man auch wirklich direkt am Anfang. Und zwar solltet ihr schauen, dass ihr einen Kämpfer mitnehmt, der ist mit Schwertschild ausgestattet und hat auch einen Skill, mit dem er eben auf sein Schild klopfen kann. Und so kann er etwas häufiger die Agro der Monster bekommen und gerade wenn ihr Fernkämpfer seid, Magier oder Bogenschütze, ist es super nützlich, wenn der dann eben die Agro vor euch nimmt. Hin und wieder kommt es natürlich trotzdem vor, dass auch ihr angegriffen werdet, gerade wenn ihr den meisten Schaden in der Gruppe macht, kommt die Agro auch öfters zu euch. Dann müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, aber der Kämpfer hilft auf jeden Fall. Falls ihr dann doch mal die Agro habt, solltet ihr unbedingt gucken, dass ihr einen Magier dabei habt, denn der kann euch nämlich heilen. Und das ist einfach super nützlich. Ihr müsst nicht die ganze Zeit Tränke trinken, müsst dazu natürlich auch immer wieder Ressourcen finden, Tränke besitzen. Und der Heiler heilt euch einfach in einem größeren Radius auch die komplette Gruppe. Und ihr könnt dann immer auf Hälfte mir klicken mit dem Steuerkreuz und dann kommt er zu euch her und setzt dann eben eine Heilbubble. Ihr könnt dann auch alle anderen Gruppenmitglieder eben zu euch rufen und alle werden hochgeheilt. Und das hat mir auf jeden Fall zu Beginn massiv geholfen. Den dritten Vassal, den ihr mitnehmen könnt, würde ich euch empfehlen als Damage-Dealer. Zum Beispiel auch nochmal einen Bogen schützen, falls ihr nicht selber einer seid. Oder zum Beispiel irgendwie ein Krieger oder vielleicht auch ein Erzmagier. Damit seid ihr wirklich sehr stark zu Beginn aufgestellt. Falls ihr gute Vassalen benötigt, könnt ihr sie entweder in der Open World einfach rumlaufen sehen, ansprechen und schauen, ob sie eben zu euch passen. Oder ihr geht an einen sogenannten Riftstein. Wird euch am Anfang auch erklärt. Ihr könnt dort einfach dann drauf gehen und ihr findet dort sämtliche Vassalen. Sind sie auf dem gleichen Level, dann sind sie auch kostenlos zu rufen. Stärkere würde ich nicht holen. Die kosten nämlich dann ja Punkte und die würde ich mir sparen. Warum, erzähle ich euch im nächsten Video. Wenn ihr übrigens auf PC spielt, auf Steam, könnt ihr mich dort gerne adden. Mein Account ist unten eingeblendet. Ich werde euch hinzufügen und dann könnt ihr nämlich meinen Tank, meinen Hauptvassal rufen. Die gute Siri steht an euch zur Seite und kann euch eben als Tank unterstützen. Ist mittlerweile auch schon Level 20. Also für den Anfang auf jeden Fall super nützlich. Und falls ihr Siri nicht direkt hier im Rift stehen seht, dann könnt ihr zum Beispiel auf neue Vassalen suchen gehen. Auf Vassalen von Freunden. Und wenn ihr dann in meiner Freundesliste drin seid auf PC, auf Steam, dann könnt ihr hier Siri eben beschwören. Ist es ausgegraut, dann steht sie irgendwo hier im Kreis rum. Weiter geht's mit ein paar super nützlichen Kampftipps. Der erste ist jetzt für den Bogenschützen. Eventuell könnt ihr ihn auch für die anderen Laufbahnen übernehmen. Denn normalerweise ist es so, dass man eben die LB-Taste reindrückt und dann eben in die Fähigkeiten rein startet. Zum Beispiel den Mehrfachschuss. Aber man hat dann eben kein genaues Ziel. Sondern wenn die Gegner vor einem stehen, wird dann eben ein Gegner anvisiert, wo man eben ungefähr in die Richtung reinschaut. Man hat aber eben nicht die perfekte Stelle, ob der Schuss auf den Kopf oder sonst wo hingeht. Ist auch bei anderen Fähigkeiten so. Und ich mache es mittlerweile immer so. Ich drücke nicht die LB-Taste, sondern die RB-Taste für den ruhigen Schuss. Und kann dann eben auch den Mehrfachschuss klicken. Und kann dann eben genau zielen, wo der eben hingehen soll. Und das ist natürlich super nützlich. Denn in Dragon's Dogma 2 sollte man natürlich bei den verschiedenen Gegnern immer auf die Schwachstellen schießen. Wird euch später auch über die Vasallen eben preisgegeben. Die können euch helfen, wenn die Gegner öfter schon besiegt wurden. Aber man findet es eigentlich auch mit der Zeit schneller selber sogar raus. Weil man natürlich in der Lebensbar der Monster dann sieht, wenn man auf den Kopf schießt oder zum Beispiel auf den Schwanz, dass die Gegner eben mehr Schaden abbekommen. Auf Schwachstellen sollte man auf jeden Fall gehen. Dadurch werden die Kämpfe auch deutlich einfacher. Ansonsten, wo ihr auch drauf schauen solltet, ist, dass da eure Ausdauer niemals leer geht. Denn ansonsten steht ihr eben an der Stelle und könnt nichts machen oder nur sehr langsam laufen. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man gerade Fernkämpfer ist. Und dann kommt der Gegner mal zu einem her, gibt einem einen Klaps mit oder mehrere Schläge. Dann kann es auch sein, dass man mal schneller drauf geht. Das hatte ich auf jeden Fall. Deswegen immer schauen, dass eure Ausdauer niemals leer geht. Wie hier zum Beispiel, weil ihr sonst hier eben ermüdet. Ein NPC oder ein Vasalle muss dann herkommen, euch helfen. Oder es dauert dann eben ganz kurz. Was ihr auch immer verwenden könnt, ist über die LB-Taste links das Steuerkreuzmenü für Tränke, Laterne. Aber ihr könnt eben unten auch diese ganzen Ausdauerboosts nehmen. Ihr klickt dann einfach Steuerkreuz nach unten und eure Ausdauer wird geboostet. Ihr müsst mit den ganzen Ressourcen auch nicht so, ja, wie soll ich sagen, haushalten. Denn gerade die Ausdauersachen kriegt man wirklich sehr oft bei Tränken. Würde ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich sie nicht unnötig benutze, sondern lieber dann meinen Heiler, wie gesagt, auch vorher schon erwähnt, eben herrufe. Und der kommt dann eben her und stellt dann eben hier so eine Heilbubble auf. Und man kann die anderen natürlich dann auch noch zu sich holen. Und es werden natürlich alle geheilt. Das ist absolut genial. Mit Tipp Nummer 5 verwesselt ihr euer Gameplay, aber euren Schaden auch deutlich. Und zwar geht es um eure Laufbahn. Desto mehr Monster ihr tötet, umso weiter levelt ihr nach oben. Sieht man auch im Status. Ihr bekommt immer DP-Punkte und dann bekommt ihr irgendwann ein Level-Up. Ich bin aktuell auf 7. Wird immer mit so einem roten Kreis markiert. Das ploppt auch mitten auf dem Bildschirm auf. Und wenn ihr wisst, okay, ich habe ein Level-Up, solltet ihr unbedingt zur Laufbahngilde gehen. Gibt es bei verschiedenen Städten, Dörfern. Geht einfach hin zu der Person. Ihr seht es auch unten links auf der Minimap sind so zwei kleine Dörche. Sprecht die Person an und geht dann eben auf Fertigkeit erhalten. Da gibt es drei verschiedene. Die Waffenfähigkeiten, die könnt ihr rein slotten bis zu vier Stück. Und damit könnt ihr natürlich Schaden austeilen. Mit der Zeit kann man sie auch verbessern. Seht ihr hier, ist dann so ein Unterpfeil, der das Ding ein bisschen so nach rechts schiebt. Lohnt sich wirklich zu skillen. Und dann gibt es eben einerseits auch die Kernfähigkeiten. Sind hier nützliche Moves, die man machen kann. Sind immer aktiv. Muss man nicht slotten. Muss man eben im richtigen Moment drücken. Und es gibt eben auch Fähigkeiten allgemein. Hier kann man sie auch rein slotten. Eine gewisse Anzahl. Und wenn sie dann eben reingeslottet sind, hat man zum Beispiel vervielfachten Schaden. Wenn der Gegner keine Kampfhaltung hat. Also wenn er noch nicht im Kampf ist, kann ich ihn schön snipen. Macht deutlich mehr Schaden. Und hier gibt es eben verschiedene. Auf jeden Fall immer reinschauen, wenn ihr ein Level-Up habt. Und das natürlich dann auch bei eurem Haupt-Vasal. Und hier könnt ihr zum Beispiel beim Kämpfer zum Beispiel die Schilddrommel nehmen, ausrüsten. Und so kann er dann eher häufiger die Agro ziehen. Mit Tipp Nummer 6 könnt ihr am Anfang einiges an Geld sparen. Einerseits solltet ihr zu Beginn kein Lager bei Händlern kaufen. Ihr solltet aber zu Beginn eins besitzen. Denn wenn ihr ein Lagerfeuer entdeckt, dann könnt ihr eben ja dort rasten. Die Zeit nach vorne spulen. Entweder auf Tag oder auf Nacht. Das ist super nützlich. Kostet euch auch dann nichts. Wenn ihr nämlich dann in einem Gasthaus übernachten möchtet, dann kostet das einiges an Gold. Ich würde es immer draußen am Lagerfeuer machen, wenn ihr die Möglichkeit besitzt. Sehr früh im Spiel bekommt ihr zum Beispiel auch ein Lager. Auf Playstation bin ich damals vorbeigelaufen. Haltet auf jeden Fall direkt am Anfang die Augen offen nach diesem Rucksack. Und dann habt ihr ein Lager und könnt dann eben in meinem Lagerfeuer rasten. Wo ihr zum Beispiel auch sparen könnt, ist eben bei einer Gratis-Rüstung. Am Anfang startet man mit nichts. Sogar sehr lange. Und ich möchte euch zeigen, wo ihr nicht Geld ausgeben müsst, um eine coole Rüstung zu bekommen. Sondern ihr bekommt die hier einfach Freehouse. Wie bekommt ihr sie? Und zwar müsst ihr hier mit dieser Person sprechen. Kann man nicht verpassen. Kommt mal mit der Hauptstory früh am Anfang vorbei. Und der gibt euch mehrere Quests. Und eine davon ist, dass ihr eben in der Burg nach einem Dokument nach Hinweisen suchen. Die aktiviert ihr einfach. Lauft oben in die Burg rein. Dort ist eine Wache. Die führt euch zur richtigen Stelle. Und dann müsst ihr in das Gebäude rein. Und dort ist eben eine Truhe. Und ihr bekommt die komplette Rüstung. Und könnt die eben dann anziehen. Und seid von der Verteidigung deutlich besser. Absolut genial. Mit Tipp Nummer 7 möchte ich den Loot und die Ausrüstungsverbesserung ansprechen. Im Spiel findet ihr immer wieder Loot. Es gibt zwei unterschiedliche Druhen. Die Gegner können natürlich auch gelootet werden. Bei der einen Truhe kriegt man immer Ressourcen raus. Das seht ihr auch hier. Und die richtig wertvolle Truhe ist schwarz. Und die solltet ihr euch niemals entgehen lassen. Denn hier könnt ihr Ausrüstung eben rausbekommen. Die natürlich sehr nützlich für euch sein kann. Verschiedene Rüstungsteile oder zum Beispiel auch Waffen immer Ausschau halten. Gerade am Anfang habe ich viele zum Beispiel in den Höhlen hier entdeckt. Kommt man auch mit der Story vorbei. Dann wo ihr auch immer drauf schauen solltet. Ist allgemein auf die Ausrüstungsverbesserung. Findet ihr am Anfang in der ersten großen Stadt. Kommt ihr auch früh vorbei. Und wenn ihr zum Beispiel zu dieser Person hingeht. Der Marktplatz ist nicht arg groß. Wisst ihr auf jeden Fall wo ich mich dann befinde. Könnt ihr zum Beispiel auf die Ausrüstungsverbesserung gehen. Und zum Beispiel eben hier den Bogen verbessern. Das ist am Anfang sehr günstig auf die erste Stufe. Wenn man da ein Anfangsrüstungsteil hat. Dann kostet das mal 20, 30, 40 Gold. Das ist wirklich richtig günstig. Und dann könnt ihr hier die Rüstung oder eben auch eure Waffe nach oben ziehen. Natürlich könnt ihr auch hier bei den Händlern einkaufen. Hier habe ich zum Beispiel am Anfang auch meinen ersten Bogen gekauft. Der einfach hier extrem stark war zu Beginn. Und ich war deutlich stärker. Ein weiterer Tipp den ich für euch bei der Ausrüstung habe ist. Kauft nie fertige Tränke falls ihr mal keine habt. Immer wieder werdet ihr auch auf Händler treffen. Lohnt sich immer das Sortiment durchzugucken. Wie zum Beispiel hier auf der rechten Seite. Möchte ich euch hier kurz zeigen. Und zwar habe ich hier einen Händler entdeckt. Der die Untermaterialien verkauft. Aber auch die richtigen Tränke. Und die Untermaterialien waren eben deutlich günstiger als der fertige Trank. Und selber kann man ja beim Lager dann die Tränke herstellen. Auf ganz easy. So spart man sich auch separat nochmal Geld. Nummer 9 ist hier auch nochmal richtig wichtig. Spart euch massiv Zeit und Frustrationsmomente. Ihr solltet bei den sämtlichen Missionen im Spiel immer wirklich zuhören. Genau damit ihr bestmöglich durchkommt. Denn nicht alles wird euch dann auf dem Questmarker angezeigt. Wo ihr hin müsst. Teilweise müsst ihr es dann einfach selber logisch miteinander verknüpfen. Oder zum Beispiel müsst ihr auch mal in einen Kerker rein. Dort könnt ihr nicht einfach so als normaler reinlaufen. Sondern ihr müsst dann ein Wachenoutfit anhaben. Um eben nicht von den Wachen erkannt zu werden. Dass ihr da eigentlich gar nicht rein dürft. Oder ihr müsst zum Beispiel auch eine hochwertige Kleidung tragen. Kann man bei einem Händler teuer einkaufen. Kann man aber zum Beispiel auch woanders finden. Und so müsst ihr immer wirklich drauf achten, wie ihr im Spiel vorangeht. Um eben bestmöglich durchzukommen. Mit Krips auf jeden Fall rein. Anstrengen und nicht einfach dumpf irgendwo reinlaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall immer darauf aufzupassen. Oder zum Beispiel ist es auch so. Ihr müsst irgendwie eine Hauptstory weiterverfolgen. Kommt einer Stelle an. Die geht nicht mehr weiter. Und ihr müsst da als Tipp dann eben die Nebenquests abschließen. Um mit der Hauptstory weiter voranzukommen. Das wird euch nicht erklärt. Deswegen auf jeden Fall immer langsam machen. Euch alles anhören. Und dann habt ihr keine Frustrationsmomente, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt. Mit dem letzten Tipp zeige ich euch, wie die Schnellreise funktioniert. Ihr müsst nicht immer über die Map alles laufen. Sondern könnt einerseits die Ochsenkarren verwenden. Stehen in verschiedenen Städten rum. Wird euch dann auch in der ersten großen Hauptstadt erklärt. Kommt ihr früh in der Story vorbei. Und hier könnt ihr dann zum Beispiel eine Quest annehmen. Oder ihr stellt euch eben hier an den Ochsenkarren hin. Wartet eben auf den Ochsenkarren. Selbst wenn er da steht. Einfach hier einmal kurz warten. Und danach könnt ihr dann euch hinten reinsetzen. Und der fährt dann eben zu einem bestimmten Ort. Das könnt ihr nicht wählen. Ihr müsst dann eben an verschiedenen Orten Ochsenkarren verwenden. Zum Beispiel jetzt hier in der ersten Stadt gibt es hier einen Ochsenkarren. Der eben zu einem anderen Dorf fährt. Wie eben jetzt hier der Ochsenkarren auf der linken Seite. Außer den Ochsenkarren gibt es auch noch die Zielkristalle. Die könnt ihr eben freischalten. Wenn ihr dort hin lauft. Könnt ihr sie aktivieren. Und ihr braucht dann eben auch noch einen besonderen Kristall im Inventar. Den kann man über Gegner zum Beispiel finden. Aus Questbelohnungen. Oder bei Händlern kaufen. Ist ein Reisestein. Und wenn ihr auf den eben drauf klickt. Dann könnt ihr per Schnellreise an die Zielkristalle reisen. Davon habe ich bis jetzt aber selber nur zwei gefunden. Und primär laufe ich entweder oder fahre mit den Ochsenkarren durch die Gegend. Zumal diese Reisekristalle jetzt nicht am Anfang allzu häufig vorkommen. Später bekommt man dann auch noch einen Zielkristall. Den kann man irgendwo auf der Karte dann platzieren. Und kann dort dann auch immer selber hinreisen. Was natürlich nützlich ist. Ich hoffe ich konnte euch mit diesem Video zeigen. Auf was ihr auf jeden Fall am Anfang achten solltet. Ihr kommt hoffentlich besser ins Spiel rein. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bleibt gerne mit einem Abo dabei. Wenn ihr noch mehr Videos zu Dragonstalk 2 sehen möchtet. Wir schauen uns jetzt zusammen hier diese besondere Box an von Capcom. Ich bin auch gespannt was drin ist. Ich habe selber noch nicht reingeschaut. Meine Freundin hat mal kurz reingeschaut. Ich selber aber nicht. Und wir machen sie einmal auf. Als allererstes sieht man erstmal gar nichts. Und zwar hier noch gut verpackt. Da ist einiges drin, sehe ich gerade. Wir nehmen das Ganze mal weg. Hier ist nichts mehr drin. Nummer 1 wäre hier ein Sticker Set mit den verschiedenen Laufbahnen. Echt cool gemacht. Kann man sich hinkleben. Bei mir wie gesagt aktuell der Bogenschütze. Freue mich schon auf den Magierbogen Schütze. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben, welche Klasse ihr genommen habt. Dann ganz krass. Ein Brief, wie das aussieht. Richtig heftig. Macht den hier mal auf. So sieht das Ganze aus. Oha, wie ist denn das geschrieben? Zwischen den Reichen von Menschen und Bestien muss ein Held ein vergessenes Schicksal erfüllen. Welches Dogma sieht dein Herz durch deine Augen? Möge das Licht dir in der tiefsten Dunkelheit den Weg weisen, dein Ziel stets hell erleuchten. Wie wirst du dich bewähren? Meistere deine Fähigkeiten und trage das Wappen deiner Laufbahn mit Stolz, auf das du jedes Hindernis auf deiner Reise mit Entschlossenheit gegenüber trittst. Brich auf, Erweckter, und erobere dein Herz zurück, gemäß dem Dogma dieser Welt. So ist das Ganze geschrieben. Ist ja mega cool gemacht. Netter Brief. Dann mit dabei. Was ist das? Nochmal hier so ein Brief. Ja, nochmal ein Umschlag. Ich schaue rein. Oha. Was haben wir hier? Ein Patch. Und zwar müsste es die mythische Klinge sein, wenn ich das Ganze richtig sehe, von diesem Speer. Ja. Ansonsten mit dabei ist das Steelbook. Finde ich auch richtig cool mit dem Drachen. Das ist jetzt hier die Rückseite. Die Vorderseite sieht so aus. Und mal schauen, ob es auch innen bedruckt ist. Finde ich persönlich immer extrem wichtig. Haben wir. Und ich finde es auch richtig schön mit der Landschaft. Des Weiteren gibt es für die Playstation 5 noch Dragon Stogma 2. Seht ihr hier. Und ansonsten gibt es hier, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, es sind noch ein paar Embargos mit dabei, die jetzt aber im Endeffekt egal sind, würde ich sagen. Wir haben ja natürlich auch Releasetag. Und dann noch was richtig Krasses. Ich glaube, das Beste kommt zum Schluss. Die größte Überraschung. Eine ultra krasse Box hier. Also da, ich habe keine Ahnung, was drin ist. Bin ich jetzt echt gespannt. Oha. Okay. Das muss ich sagen, ist wirklich mega cool. Krass. Kriegt ein Ehrenplatz bei mir. Schauen wir mal, ob wir das Ganze rausbekommen. Ey, das ist glaube ich richtig cool. Passt mal auf, Leute. Krasser als ich dachte. Noch krasser. Erstmal. Passt auf. Sieht das Ganze so aus. Das sieht schon allein cool aus. Aber das Ganze ist noch mit Strom. Und zwar wird das wahrscheinlich leuchten. Das ist natürlich cool. Auch auf der Rückseite mit dem Anschalter. Hier unten kann man dann den Stromanschluss rein. Und dann leuchtet das im Hintergrund. Das ist natürlich bei mir richtig nice. Mega cool. Großer Dank geht an Capcom hier raus für dieses echt nice Paket. Und ich werde das auf jeden Fall auf Instagram nochmal in die Story stellen. Wie das Ganze dann aussieht, wenn es leuchtet. Wer das sehen möchte, kann mir gerne auf Instagram folgen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ah, nee. Das geht sogar. Das ist sogar mit Akku. Lol. Ist ja mal cool. Ey, krass. Mit Akku. Heftig. Verschiedene Modi gibt es hier noch. Ja, dann bräuchst du auch nicht auf Instagram stellen. Könnt natürlich gerne trotzdem folgen für weitere Infos. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Mehr Videos werden rauskommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.